Wir lesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 10. Juli. Welcher sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der gehe hin und bleibe daheim, auf dass er nicht auch seine Brüder feige Herzen mache, wie sein Herz ist. 5. Mose 20, Vers 8 In der Streiterschar unseres Herrn Jesus Christus darf man also desertieren, Wer ein verzagtes Herz hat, der gehe hin. Die wahre Gemeinde der Jesusjünger ist allerdings eine Streiterschar. Der Graf Zinsendorf dichtete, Hier hast du uns alle zu deinen Befehlen. Je mehr du befiehlst, je mehr Sieger wir zählen. Denn deine Befehle sind lauter Versprechen, durch alle verhauernden Bahnen zu brechen. So werden wir dir zu glücklichen Streitern, zu Boten und Dienern und Wegbereitern. Wer den auferstandenen Herrn kennt und an ihn von Herzen glaubt, reiht sich in diese Streiterschar ein. Aber wer ein verzagtes Herz hat, der gehe hin. Denn er kennt den Herrn nicht und weiß nichts von der Kraft seiner Auferstehung. Ein Christenstand, in dem wir in unserer eigenen Kraft antreten wollen, wird bald zerbrechen. Da erschrickt man vor den Anfechtungen von innen und außen Und von dem Spott der Feindschaft der Welt und bekommt ein verzagtes Herz. Solch ein verzagtes Herz ist allerdings schlimm. Denn das ergänzende Wort zu unserem Textwort steht am Ende der Bibel. Der verzagten Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer brennt. Ein erschreckendes Wort, es macht deutlich. Verzagtenheit ist eine Absage an den Herrn, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Lasst uns doch mit ihm rechnen. O Christe, der du siegst in den Deinen und deinen Namen herrlich lässt erscheinen. Ach, hilf uns, deinen Schwachen und Elenden mit starken Händen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.